So, das ist ein Song, den habe ich schon vor ein paar Jahren geschrieben, vor drei, vier Jahren schon. Ihr kennt Tinder, ne? Wer kennt Tinder nicht? Damals war Tinder noch relativ neu und ich hatte so viele Tinder-Dates. Ich bin nicht stolz auf alle, auf die meisten nicht. Und ich habe einen Song irgendwann geschrieben darüber, ist ein bisschen alt, aber ich dachte, ich singe solche. Es ist auf Englisch, falls ihr Englisch sprecht. Ich kann nicht singen. Ich kann auch nicht wirklich Gitarre spielen, deswegen Ukulele. Das ist Gitarre für Menschen, die irgendwie wenige Finger haben. Ich war in meinem Bett, so drunken, so horny. Mein dick got really big, aber ich war so lonely. So ich swipede auf die lefte und ich swipede auf die right. But when I saw you, my pants got so tight. You won my heart with that bikini photo. I knew you were the one when your tattoo said YOLO. You tell your friends we met on a romantic sunset. But come on, baby, they're smarter than that. Oh yeah, I met you on Tinder. Your eyes look so blue on that Instagram filter. Don't worry, baby, we just met. The more you drink, the better looking I get. Oh yeah, I met you on Tinder. On your profile, your eyes look bigger. I know it's love on the first swipe. Because I really dig your body type. So swipe right, swipe right. From your finger to your heart, swipe right. Swipe right, baby, swipe right. Cause you're the only one that wrote me back tonight. Baby, I know you got dirty issues. There you go, fight my face with a tissue. And after you've left, in the middle of the night, I'll take out my phone and swipe your best friend right. So swipe right, swipe right. From your finger to your heart, swipe right. Swipe right, baby, swipe right. Cause you're the only one that wrote me back tonight. So swipe right, baby, just swipe right. From your finger to your heart, swipe right. Swipe right, baby, just swipe right. Cause you're the best that I can do tonight. Moin, ich bin Katrin und ich bin heute In-Bad mit Shafak Shapira. Weil du beim Summer's Tale Festival auftrittst. Was hast du denn letzte Nacht so getrieben? was hast du denn sein? Ja. Und dann, dann mit mir denrestretético. Dann acesso auf ein wenig, Und in der Проomosload war dann auch hier. Untertitelung des ZDF, 2020